Wir wollen ja das mit Barrello, den ausnutzen, aber ich bin nicht so, ich liebe ihn als Freund, Wallah. Ich liebe ihn echt als Freund, zu mir ist er immer loyal, ich habe so viele Leute berühmt gemacht, hochgebracht, ein Babymensch und so, die haben mir alle den Dücken gekehrt. Aber wenn ich einen Barrello anrufe, sage, wenn mein Sohn kommt, tut das rein, er macht das sofort in vier Minuten, sagt er, na klar. Weil er ist wirklich der einzige Loyaler noch, der weiß, er was zu schätzen ist, weißt du? Engel, hol mich rein, er will was sagen, wie ist denn das hier auch? Komm, sag, komm, komm, Gast. Ozan ist auch sehr loyal, anrufen, der ist allgemein auch charakterlich privat loyal, dem brauche ich nur anrufen, komm her, ich habe Probleme, der würde sofort kommen. Ein Herz aus Gold. Weißt du, solche Leute sind echt auch wie Thanos, das sind halt Leute, die privat auch Charakter haben, nicht nur sich Internet zeigen, zum Beispiel ein Thanos, der hat weder Geld, weder Film nötig, aber er liebt mich wirklich, wie er mich liebt, zum Beispiel ein Igli, was 80 Prozent Tiktoker hassen, aber der, der mich acht Stunden im Krankenhaus gewartet hat, ohne zu zögern, dass ich keine Scheiße baue, das sind halt Menschen, die ich zu schätzen weiß. Überleg mal, ein Opa wartet, der Opa hat noch Blutdruck gehabt, konnte jederzeit selber drauf gehen, aber hat mich acht Stunden im Krankenhaus gewartet, der Blutdruck-Opa, weißt du? Deswegen solche Leute wie Igli, egal was Leute über ihn denken, solange er, wie gesagt, keine Scheiße baut, so unter 18 am Pastor lässt, ne? Papa Ali ist auch loyal, über den braucht man gar nicht reden, der ist in meinen Augen auch einer der Loyalisten, nicht weil er Papa Ali ist oder weil ich Angst habe, über den braucht man gar nicht reden. Ja, Bild-Zeitung hat sein Image schlecht gemacht, aber ich weiß, wer ist, ein korrekter Typ. Typ hat mir einen guten Werbevertrag geholt von einer IST-Firma und ich habe gesagt, wenn du das wirklich hinkriegst, die Hälfte gehört dir und der hat das echt hinbekommen, ohne Probleme. Weißt du, dann heißt das abdrücken, das hat er ab... ...